Du bist auf der Suche nach einer Promotionsstelle? Dann bist du bei der Hector Fellow Academy genau richtig. Wusstest du schon, dass du dich nicht nur bei einem oder einer der Hector Fellows bewerben kannst? Seit 2021 geht das auch bei den GewinnerInnen des Hector Research Career Development Awards. Wir haben dein Interesse geweckt? Dann pass auf! Die Hector RCD Awardees haben bereits einige Auszeichnungen und Preise für ihre Forschung erhalten und leiten häufig schon eine eigene Nachwuchsgruppe. Der Award wurde von der Hector Fellow Academy ins Leben gerufen, um diese herausragenden WissenschaftlerInnen in ihrer Forschung zu stärken und sie auf ihrem Weg zu einer Professur zu unterstützen. Als temporäre Mitglieder der Hector Fellow Academy haben die Awardees die Möglichkeit, NachwuchswissenschaftlerInnen für ihre Forschung einzustellen. Die Hector RCD Awardees sind wie die Hector Fellows in den MINT-Fächern, Medizin oder der Psychologie verortet. Auch hier kannst du dich entweder auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben oder eine eigene Forschungsidee einreichen. Gibt es wirklich keine Unterschiede für dich? Nein! Ob du bei einem Hector Fellow oder einem Hector RCD Awardee promovierst, spielt keine Rolle. In beiden Fällen wirst du Teil eines einmaligen interdisziplinären Netzwerks und kannst von dem Wissen herausragender WissenschaftlerInnen profitieren. Nebenbei kannst du sogar von Management- und Softskill-Kursen profitieren und dich weiterbilden. Klick jetzt auf das eingeblendete Video, um zu erfahren, wie der Bewerbungsprozess funktioniert. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!